Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Slime Ranger. So, jetzt will ich mal am liebsten erstmal die ganzen Karotten sammeln. Gucken wir mal hier drüben, ob wir da nicht noch genug Karotten oder so haben. Weil wir brauchen ja sehr viel Gemüse. Na, hier liegen noch ein paar Karotten rum. Dann können wir auch die Wildkarotten am besten hier nehmen. Weil hier nicht auch irgendwo Karotten stand. Hier. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Fuß ins Pilzgehege. Pilzgehege, sag ich schon. Ins Felsgebiet. Und sammeln dann halt unterwegs auch noch sehr viel ein. Gucken wir hier nochmal. Hier haben wir nur... Ja, das möchte ich dir ungern geben. Da drinnen hatten wir eigentlich auch soweit nichts mehr. Hä? Achso, Kristall. Halt. Was nimmst du denn eigentlich? Ein, ein, ein. Und ich bekomme... Ah, sind zwölf Karotten mit bei. Ja gut, dann machen wir das mal. Ein, ein, ein. Das ist ja nicht so schwer. Dann machen wir hier einen raus. Laufen wir einmal hinten zu den grünen. Und wie bist du denn jetzt hier entstanden? Das finde ich nicht so cool. Ja. Tschüss. Klops. Uh. Das wollte ich... Wer hat das geschafft? Habt ihr welches rausgeschminkt, ja? So, eins davon. Oh, ich glaube, bis 0 Uhr hat man immer Zeit, die Händler zu erfüllen. Und ein Jägerslein, ein Jägerslein. Ich glaube, da hinten ist schneller. Na komm, Ausdauer, lade auf. Wir haben doch nur noch zwei Stunden. Füttern wir euch mal kurz. So. Ah, hier haben wir auch noch eine Karotte drin, ne? Hier haben wir noch Herzrüben. Nehmen wir auch mal kurz mit. Und... Ein Zwielicht... Zwiebel. Hm. Gut. Dann geben wir dir hier noch den Rest und jetzt sind wir natürlich voll und können alles nicht einsammeln. Und jetzt geht das hier so halbwegs. Klingen hier noch ein paar Früchte rum. Kriegt ihr mal so ein paar Früchte? Hunger? Dürft ihr haben. Ja, es ist zum Glück Früchte. Dann bauen wir hier ein paar Quaderbeeren rein. Und jetzt Mangos bauen wir hier rein. Eigentlich müsste ich mich um die ein bisschen mehr kümmern, aber... Ich möchte halt auch den großen Gordo nochmal füttern. Ich glaube, wir machen mal die Moorrübchen. Hier vorne müssen gleich auch noch welche um die Ecke sein. Ne, das waren die Vogelfrüchte. Waren hier nicht noch? Ah, hier. So, die nehmen wir auch mit. Hier unten müssen wir eigentlich auch. Genau, hier. So, du geh mal bitte beiseite. Dankeschön. Wir brauchen nämlich ganz viel Gemüse. Weil wir müssen uns ja wirklich mal um... ...unser schönes Gehege kümmern. So, mal gucken, ob ich das auch wieder finde. Das war doch hier in einer Höhle. So, hier sind einmal böse. Ich bin mal gespannt, was der uns dann geben wird. So, nochmal gucken, wo noch was zu essen zu holen ist. Ah, hier haben wir noch Karotten. Wunderbar, sind wir fast voll mit Karotten sogar. Das sind Früchte. Und hier zwischendrin auch noch mal was. Und versteckt hier. Mal hier zu übernimmt mit. Das ist schon wieder... ...Gliverstein. Gehen wir mal in die Höhle hier. Hier war doch auch irgendwo noch... ...Gemüse. Oder nicht? Pilze? Noch mehr Pilze? Nee, hier war kein Gemüse mehr. Hier waren nur Hühnchen. Aber hier müsste es doch noch irgendwo Gemüse geben. Ah, hier Karotten. Und... ...Oka Oka. Ist auch Gemüse. Können wir noch mehr Karotten. Und hier ist nichts gewachsen. Fützi Slimes. So. Mal hier rauf. Hier drüben war ja auch noch was zu essen. Aber bestimmt kein Gemüse, ne? Nö. Kein Gemüse. Okay. Nicht weiter schlimm. Aber hier müsste noch... Hier ist alles aufgegessen. Ihr esst eindeutig zu viel. Ah, noch zwei Karotchen. So. Our Store aufladen. Na komm. Und rüber mit uns. Zu viel radioaktiv. So. Dann war das ja hier runter. Und war hier noch was zu essen in der Nähe? Ja, hier. Herzrüben. So, dann kriegst du jetzt erstmal hier die Oka Oka. Und dann dein Lieblingsessen. Herzrüben. Huch. Und jetzt kriegst du den Rest Karotten. Bis du platzt. Ein Teleporter. Ein Teleporter. Okay. Gut. Noch ein Löhnchen. Schau mal hier. Schau mal hier. Ja. Haben wir auch schon alles. Nichts Interessantes hier. So. Hat er uns jetzt hin teleportiert? Ah, noch ein neues Gebiet. Sehr, sehr cool. Hier waren wir auch noch nicht. Hier ist der Wohnort der Kristall Slimes. Sehr schön. Hier gucken wir uns mal so ein bisschen um. Mal sehen. Vielleicht finden wir ja noch das eine oder andere Geheimnis. Vielleicht ist ja hier noch so ein großer, den man füttern muss. Mal schauen. Lassen wir bloß aufpassen mit den ganzen Kristall Slimes. Ich war nicht schnell genug. Ich war einfach nicht schnell genug. Ich hab dich nur gehört. Ach, Mann. Ich hätte dich so gern gehabt. Feuerblumenflecken. Cool. Radioaktive. Aha. Karotte. Ist hier vielleicht noch was versteckt? Ziemlich großes Gebiet. Mal nicht so klein. Richtig schön. Angenehm hier. Auch so ein bisschen düster. Okay, verrottete Bäume und so ist jetzt nicht so schön. Ah, hier geht's runter und hier kann man auch rüber. Hier ist wieder so eine schwarze Schatzkammer. Die wir noch nicht öffnen können. Aber ich glaube, ich werde die nie wiederfinden. Die ganzen Schwarzen, die wir jetzt schon gesehen haben, durch das Suchen. Ich glaube, die werden wir so schnell nicht wiederfinden. Langsam. Uh. Keine Ausdauer mehr. Hier hinten ist soweit nichts mehr. Ist jetzt auch kein Großen mehr gefunden. Oder ich suche mich anständig. Könnte auch sein. Hm. Hier war... Aua. Hier waren wir ja schon. Dort hinten in der Ferne. Okay, ich glaube, da werden wir nicht rüber gleiten können. Hm. Okay, ich benutze eindeutig zu oft mein Jetpack. Ich habe ständig keine Ausdauer mehr. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Die ganze Gegend hier. Das ist mal so das Gegenstück vom Mooswald. So. Und da rüber möchte ich jetzt mal. Okay, nochmal da hinten hoch. Züglich hier rum. Au. Zum Glück haben wir alle H4 Upgrades. So ein bisschen Damage tut uns ja nicht weh. So. Hier waren wir ja schon. Hier ist wieder Oka Oka. Was ist, wenn wir jetzt hier rumklippeln? Oder hier? Oh, da ist aber leider nichts. Ist richtig schön mit Nebel und alles. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Uff. Müsst, jetzt bin ich da runtergefallen. Aber ich glaube, das war's. So eine schwarze kriegen wir hier leider nicht mehr. Die Kristall Slams haben wir ja schon anders gekriegt. Hier wäre eigentlich ein exzellenter Platz, um noch so mal so einen Dicken hinzusetzen. Vielleicht wird's irgendwann mal noch kommen. Weiß man ja nicht. Vielleicht ist es auch so geplant. Okay. Der zeigt uns nur an, dass er schon geöffnet worden ist. Ja, sehr, sehr schön. So gefällt mir. Auch die Gegend ist hier richtig schön. Ruhig. Dann haben wir noch eine Kiste. Da hinten ist schon wieder... Oh, 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 oh. Ähm, wir gucken mal bitte beiseite. Danke. Da hinten ist noch so ein schwarzes Ding. So, von den schwarzen haben wir jetzt relativ viele gesehen. Ich frage mich, wann wir die Erweiterung dafür kriegen. Damit wir dann halt auch mal die schwarzen öffnen können. Na gut, gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Denn es ist schon langsam wieder Zeit, die Folge zu wenden. Auch wenn es jetzt sehr viel Spaß macht gerade. Aber okay. Gut. Dann beenden wir jetzt hier mal die Folge. Und kümmern uns nächste Folge mal unbedingt um unsere eigenen Slimes. Nicht immer um Fremde. Ne? Also, bis dann. Haltet die Ohren steif. Und wir sehen uns. Und wir sehen uns. Und wir sehen uns. Und wir sehen uns.